Was hat er jetzt gefahren? Hat er Gale-Wallning gesagt? Navigation-Wallning. Heute ist Mittwoch, der 7. Mai. Und wir segeln schon eine ganze Zeit durch das enge Scherenfahrwasser hinter Kalmar. Und es wird immer enger. Und wir werden heute das erste Mal in einer kleinen Ankerbucht an einer Schere festmachen mit Landleine und Anker. Und dann mal gucken, wie das so wird. Und da müssen wir jetzt irgendwo hinein. Sieht eng aus. So, das enge Scherenfahrwasser hat sich gelohnt. Wir haben einen wunderschönen Platz direkt am Felsen in einer wunderschönen Bucht. Und wie war es anders zu erwarten, wir sind hier ganz allein. So, wir verlassen jetzt unsere schöne Bucht. Und fahren durch ein ganz enges Fahrwasser. Und das ist einfach ein Idyll hier. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie schön das hier ist. Ganz eng. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr, wir haben den 11. Mai und wir liegen in einer wunderbaren, fast kreisrunden, gut geschützten Bucht auf der Schere Wienokalf. Und wir machen jetzt mal einen Spaziergang, damit ihr mal seht, wie traumhaft diese Natur ist. Und ich sage jetzt auch nicht mehr viel, guten Morgen Queenie, damit ihr die Vögel zwitschern hört. Es ist fast wie auf dem Dreisessel im bayerischen Vögel. Da geht es in die Bucht rein. Und in dieser Richtung werden wir jetzt gleich wieder weiterfahren. Super, fein. Und, gut. Tschüss. 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 Tschüss.